Was ist gesund? Wollen ist gesund. Müssen eher nicht. Gesund ist nicht stehen bleiben. Gesund ist zu sich stehen. Gesund ist Superfood. Superessen. Und auch mal Dreck fressen. Gesund ist die Lachmuskeln trainieren. Oder nur ein Finger. Gesund ist was für sich tun und für andere. Gesund ist, was dir gut tut. Atupri. Der Gesundheitsversicherer.